Und wir empfangen nun die KG Escher-Sturm! Auf die Escher! Dreimal Düsseldorf! Prinzengarde! Escher-Sturm! Düsseldorf! Musik Wir empfangen die Elster Sturm mit Raimund Nistenhoff, Elster Sturm, Prinzengarde, herzlich willkommen! Musik 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 Untertitelung. BR 2018 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 Ja, einen wunderschönen guten Tag, Gäste. Aufgezogen hier auf die Bühne am Marktplatz. KG Eschersturm, euer Applaus. So, Kameraden, ich habe die Mikrofone. Ihr seht, aufgezogen sind Sie mit 900 Leuten und 200 Damen hier vorne. Zumindest habe ich keinen Platz mehr. Du müsstest ja das Mikrofon übergeben an den Kommandanten. Lieber Hans-Jürgen, du hast das Wort. Ich danke dir vielmals. Ja, das Wetter ist zwar nicht so optimal, aber trotzdem, ein paar Verwägende sind da. Das finde ich gut. Und euch möchten wir grüßen, so wie wir den Aachen gewöhnt sind. Wir drehen mal Oche. Oche! Güss. Bößen wir nicht auf. Oche! 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 Ein Stürm, ob je passen wir schissen mit Rehmalbung. Bumm! 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 Der Prinzengarde, zu Ehren der Gäste hier auf dem Markt, möchten wir präsentieren. Stürmer obgepasst, Blinpe, Enklamüse, präsentiert. Salut! Stürmer, Blinpe, Enklamüse, raff, die haben wir mit schon ein Stück bequem. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir mal ein bisschen Platz kriegen hier. Alles mal, wenn nicht jede ein bisschen nach hinten. Damit euch hier auf dem Marktplatz ein bisschen warm wird, haben wir auch ein paar tolle Mädchen mitgebracht. Und dort anfangen wird unsere Marketenderin, die Natascha. Wo bist du? Komm uns nach Föhre, stell dich um. Auf, unsere Natascha-Drehwerk, kräftig, Oche! Natascha! Düsseldorf! Ja, ich muss ein bisschen auf Seite hier, beim letzten Mal hat es mich bei einer K.O. getreten, aber das ist ja eigentlich Spaß, jetzt auf. Vielen, vielen Dank, zurück in die Reihe. So, nun darf ich Ihnen unseren Musikzug ankündigen, den Musikverein Harmonie-Kalter-Herberg von 1882. Ja, kommt ganz nach vorne. Harry, die Fjass, weil ich dich erinnere, die Satan. Das leader an unsere Satan. Die Fjass, weil ich das drei Jahre bei einer Krisenごimasrafische Barker tretrisch Gesang. Bobbinn märkt. Ein langer Spieler, wo sie verändert. Von euch, wie du denn? Musik 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 Ja, lieber Harry, du hattest ja große Bedenken, den Kölscher Jung hier zu spielen, aber Düsseldorf ist ja tolerant, oder? Wollte ich doch sagen. Vielen, vielen Dank, Ope Stremer, Oche! Düsseldorf! Oche! Vielen, vielen Dank, zurück mit euch. Ja, als nächstes haben wir unsere Tanzkarte mit dabei. Wenn die Herren in Damen und Weiß ein bisschen zurückgetreten sind, darf ich sagen, Tanzkarte, stell dich um. Das war unsere Tanzkarte, Ope Jung, um die Matchshow, drehen wir auf A zu Oche, Düsseldorf, Oche, vielen, vielen Dank. Jetzt darf ich schon mal die Damen und Herren in Weiß nach vorne bitten. Ach, Illusion. Ach, Illusion. Eins, zwei, zwei, zwei! Ach, wär ich nur ein einzig Mal ein Stumpter Prinz im Karneval, dann würdest du Prinzessin mein, das wär so schön, um wahr zu sein. Das wär so wunderschön, das wär so wunderschön, das wär so schön, um wahr zu sein. Mit euch zusammen, ach, wär ich nur ein einzig Mal ein Stumpter Prinz im Karneval, dann würdest du Prinzessin mein, das wär so schön, um wahr zu sein. Das wär so wunderschön, das wär so wunderschön, das wär so schön, um wahr zu sein. Das wär so schön, um wahr zu sein. Linos. 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 Das Transfer des Kartholscher Sturm, Inge Dahlen und Marco Schmitz. Auf die weiten Steiger dreifach Oche, Düsseldorf, Oche. Vielen, vielen Dank. So, das war das Ende unseres Programms. Wir haben noch ein paar Orden zu verteilen. Jetzt darfst du wählen von mir oder von unserer Marketenderin. Kommst mal nach vorne in der Tasche, der will nicht. Der ist schinant. Er ist schinant. Ich habe hier seine Mitte in Ordnung, von mir oder von ihr. Ja, das habe ich mich gedacht. Herzlichen Glückwunsch, darfst du. Das habe ich deinem Gesicht entnommen. Drei? Drei Stück? Das müssen wir nochmal wiederholen. Meine Damen und Herren, die nächsten Sendungen verschieben sich um ca. 20-30 Minuten. Oh, du bist fertig. Ich bin fertig. Sauka. So. Dann, Natascha. Ich bin da, ja. Nur, weil die Brüder von jetzt abkommen. Die haben keine Zeitwerte. Das hatte ich noch nie. Bist du fertig? Wir sind fertig. Gut. Dann möchten wir natürlich auch erstmal Danke sagen. Wir möchten natürlich auch Ordnung verleihen. Kommt aber bitte einmal nach vorne. Willst du mich ein bisschen eng hier? Natürlich den ersten an den Kommandanten. Ist ja überhaupt keine Frage. Und dann möchten wir natürlich Ordnung verleihen an das Tanzpaar. Kommt doch bitte auch einmal zu mir nach vorne. Ja. Wo ist der Marco? Da kommen sie. Ah. Jürgen Walte deines Amtes. Und wir bedanken uns bei der Öscher Sturm mit dreimal Düsseldorf. Ja. Öscher. Ja. Düsseldorf. Ja. Ja. Danke euch. Danke, dass ihr da wart. Viel Spaß noch in der nächsten Woche. Euch auch einen tollen Rosenmontag. Und lieber Kommandant, bringen sie von der Bühne. Das tue ich auch für euch. Ich hoffe, wir haben ein bisschen besseres Wetter. Hauptsache trocken. Aber wir kriegen das schon hin. Auch wenn ihr dreht. Aber trotzdem. Nochmals vielen Dank für die Einladen. Wir sind gerne hier gekommen. Wir verabschieden uns. Wir drehen mal kräftig. Achö. Ja. Düsseldorf. Achö. Engsturm. Wir passen. Wir schießen. Wir drehen mal ein Bumm. 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 Vielen Dank. Abmarsch. Bumm zu bippen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020